Ich finde es ja wirklich schön, dass wir uns jetzt hier auf dem Wege noch mal intensiver kennenlernen. Als ich gehört habe, dass du die Rolle des Clay sprichst, war es für mich wirklich so, ja klar, es liegt total auf der Hand. Wegen der Haarlänge? Ja, unter anderem wegen der Haarlänge. Seine Lederjacke? Zum Beispiel, ja. Seine Harley? Genau. Die Brüche, die er vermutlich mal in seinem Leben gehabt hat, die unverzichtbar sind und wertvoll. Ruby war ein Ein und Alles. Aus denen heraus man die Kraft entwickeln kann, die wir ja bei ihm auch dann feststellen, wenn er zurückgeht auf die Bühne. Wenn du dir dieses kleine, aufgeregte, auch ein bisschen rebellische Stachelschwein anguckst, dann kann man glaube ich schon ein paar Parallelen entdecken, wenn man mich kennt. Ich habe die Regel, dass ich mir von so schwuppigen Typen wie dir nicht sagen lasse, was ich wert bin. In unseren Anfangszeiten war ich noch nicht so, dass ich rausgehen konnte und überzeugt sagen konnte, ey, schönen guten Tag, wir sind Silbermond und wir haben was drauf. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Bei der Energie, die du ausstrahlst und diese Lebensfreude und Dynamik. Ich weiß nicht, wie diese Filme jenseits des Atlantik immer entstehen können, aber sie wissen genau, wie das funktioniert. Unterhaltung auf der anderen Seite, das ist Herzlichkeit auf der anderen Seite. Es ist sogar Kitsch drin, aber wohltuender. Das finde ich auch. Es gibt immer Kitsch, wo du sagst, wo es dann kippt und es gibt dann eine, die dein Herz sofort so umarmt. Ich würde nie auf Musik verzichten können. Und wenn ich noch so schräg krechzen würde, ich würde es versuchen. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn du diese Leidenschaft der Musik in dir trägst, dann kann man das auch immer wieder wecken und dann kann dir diese Leidenschaft sowohl in den schönsten Situationen deines Lebens der beste Freund sein, als auch in schwierigen Situationen, in guter Begleiter. Und dann den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, daran teilzuhaben und denen vielleicht auch das Gefühl zu geben, dass sie auch mit ihrer Trauer nicht alleine sind. In dem Augenblick, wo du zeigst, wie du damit umgehst, gibst du vielleicht jemanden, der eine ähnliche Situation erlebt. Eine kleine Hilfestellung. Es gibt ja diesen Satz, den ich sehr gut finde nach wie vor, live hard, die fast. Und solange das so gut funktioniert, gibt es viele Gründe, es nicht zu lassen. Das ist ein sehr schöner Satz, den nehme ich mit.